Musik Musik Herzlichen Dank, Herr Gäste, Herr Rat, Uwe Schneider. Damit ist diese Feierstunde beendet. Ich möchte mich noch einmal recht herzlich bei den Alt-Malnitzer Musikkameraden bedanken. Ich kehrte jetzt mit auf die Schusnerhütte. In weiterer Folge, bevor wir mit unserem Landesaufbau und Stellvertreter das anschauen, biete ich, dass wir noch ein gemeinsames Foto machen.